The Horus Heresy Primarks VII Ferrus Manus, der Gorgone von Medusa Von David Geimer Gelesen von Florian Walter Ulan Cicerus war ein passionierter Rhetoriker, und er beschrieb mir die Gardinal auch mit den Worten eines Rhetorikers. Sie waren große Fische in einem schrumpfenden Teich. Die Redegewandtheit des Ordensmeisters zusammen mit seiner offenkundigen Ignoranz der Tatsache, dass nur wenige in seinem Publikum den kulturellen Hintergrund besaßen, eine solche ökologische Metapher verstehen zu können, vermochten es stets, ihm die Sympathien der Regimenter der verdammten 413. einzubringen. Es ist eine immerwährende Schwäche der Sterblichen, sich von Perfektion beunruhigen zu lassen. Das Wenige, was ich daher über die Gardinal lernte, wäre jedem Kind von Sol vertraut gewesen. Dennoch wäre keiner von uns auf die Erniedrigung vorbereitet gewesen, die im Namen der Effizienz und der Notwendigkeit auf diesen elf Welten herrschte. Warum entscheiden sich Menschen so zu leben, hatte uns Ciceros einst gefragt. Als könnten wir ihm ohne die Scheuklappen der Abstammung von den Ultramarines eine bessere Antwort geben. Wie es jemand mit terranischer Abstammung ausdrücken würde, ist die Wahrheit, dass diese Menschen nur selten eine Wahl haben. Wir hatten keine. Unsere Befehle kamen aus den Amtsräumen des allseits geliebten Imperators selbst. Das Imperium begehrte die industrielle Macht der Gardinal für den großen Kreuzzug. Die Gardinal hingegen begehrten eine kompromisslose Souveränität und verfügten über die militärische Kraft der 413. ihr Verlangen verständlich zu machen. Niemand wollte einen Krieg. Doch niemand hat uns eine Wahl gelassen. Die Memoiren des Akurduana, Band 267 Der Fall der Herren vom Gardinal 1 Amadeus Duquesne krachte mit der Schulter voran in die Felsbetonmauer. Er fiel auf ein Knie, wandte sich um, warf ruhig das leere Magazin aus seinem Bolter aus und ließ ein neues der speziell markierten Sichelmagazine einrasten. Dabei bemerkte er die Spuren eines Lasertreffers an seiner Armschiene, fluchte laut und nahm sich einen Moment Zeit, die Stelle mit dem Handgelder. Man hatte ihm beigebracht, mit der Erscheinung in die Schlacht zu ziehen, in der er von den Apothekarii gefunden werden wollte. Auch heute war das nicht anders. Der dicke Harnisch seiner Donnerrüstung des Typs Mark I war zu einem so blanken Schwarz poliert, dass das Material in dem unsteten Licht und dem Eis, das alles überzog, wie Vulkanglas schimmerte. Er war mit Kompanie und Feldzugsauszeichnungen bedeckt, die von der Legion größtenteils nicht mehr anerkannt wurden. Von allen diesen war sein ganzer Stolz das Siegel des wachsamen Auges, das in Platin auf dem Wangenstück seines hohen Helms angebracht war. Er hatte es sich in den späteren Jahren der Seraphina-Offensive verdient, als er nach der Vernichtung der Org-Streitkräfte durch die 10. Legion auf Rust an der Seite von Lord Horus in die Schlacht gezogen war. Gute Jahre! Ein Kettenpanzer, der aus Gliedern aus schwarzem Eisen und Silber bestand, hing von seinem Schulterpanzer. Hinter seiner Halsberge ragte ein Kragen aus eisernen Dornen auf, die sich hinter seinem Kopf in die Höhe reckten. Als Mantel trug er ein Banner des Clans Sorgol. Es war aus schwerem Samt gefertigt, der mit Metallfäden durchzogen, von Onyx, schwarzem Spinell und Sternsaphiren beschwert und mit einer Schicht aus Eiskristallen bedeckt war. Das Clansymbol war in Silber aufgesetzt. Mit einer Abfolge Dumpferschläge folgte ihm sein Kommandotrupp in die Deckung. Techmarine rabe Tannen, Apothekarius Alet Glacius. Ein halbes Dutzend von der Zeit und vielen Schlachten gezeichneter, weißhaariger, mit Narben und Auszeichnungen geschmückter Veteranen, die beinahe so hartgesotten waren wie ihr Lord Commander selbst. Sie waren allesamt Sturmläufer und stolz darauf. Der Junge, Kafin, kam als letzter. Der purpurne Lack der Rüstung des Jünglings war verschrammt und von Geschossen zerkratzt. Die Palatin Aquilar, die stolz auf seiner Brustplatte prangte, trug einen Überzug aus kupferglänzendem, hygroskopischem Eis. Ein atemloses Keuchen drang aus dem Augmiter seines Helms, als er am anderen Ende der Reihe an die Mauer krachte. »Kommen Sie?«, fragte Duquesne und überprüfte in dem flüchtigen, alchemistischen Licht eines Leuchtschweifes seine Armschiene auf Beschädigungen. Kafin nickte. »Sie kommen!« Der Junge war dem Kommandotrupp ausschließlich als Beobachter zugeteilt worden. Die erfahrenen Krieger betrachteten ihn aber wie ein Schott unter größter Belastung, das jeden Augenblick nachgeben und dem gesamten sprichwörtlichen Sektor der Lehre ausliefern könnte. »Der Bursche ist jetzt einer von uns«, sagte Duquesne mit erhobener Stimme, um über das Bellen der Tarantula zu sagen, »mehr will ich dazu nicht mehr sagen müssen!« Der Junge nickte dankbar, obwohl er zusammenzuckte, wenn er als Bursche, Junge oder dergleichen bezeichnet wurde. Zufrieden sah Duquesne auf, als könnte er den Verlauf der Schlacht aus dem Blitzen des Mündungsfeuers und den verblassenden Leuchtspuren herauslesen. Vesta war ein kleiner Mond ohne Sonne, der durch die Leere driftete, nachdem er irgendwann während der letzten fünf Milliarden Jahre von seinem Heimatsystem unter Umständen abgestoßen worden war, die ihn nicht interessierten. Es war hier kalt genug, um einen Primarchen im Handumdrehen zu töten. Bis vor wenigen Tagen hatte der Mond nicht einmal einen Namen gehabt. Darum hatte der Gegner ihn ausgewählt. Wer würde schon einen verwaisten Mond vermissen, dem kein imperialer Kartograf je eine Nummer verpasst hatte? Er wandte sich um und sah, dass Gaius Khafen sich durch die Reihe zu ihm vorgearbeitet hatte. »Ich bin mir bei dieser Taktik unsicher, Lord Commander. Duquesne lachte. Sein ererbter Respekt für die geltende Befehlskette und seine angeborene Abneigung gegen einen derart zielgerichteten Ansatz der Kriegsführung verdrehten dem Jungen ganz offensichtlich den Kopf. Diese Taktik ist ein Klassiker. Habe ich euch nicht von damals erzählt, als Lord Horus nach Rust seinen eigenen ersten Käpt'n als meinen Adjutanten eingesetzt hatte, damit der es selbst erleben konnte? »Ich glaube, ihr habt es vielleicht mal erwähnt«, murmelte Tannen. Der Techmarine war in der letzten Kohorte gewesen, die ihr Handwerk in den Uralschmieden gelernt hatte. Er war einer der letzten, die sich seinen terranischen Sinn für Humor bewahrt hatten. Duquesne winkte ihm ein ironisches Danke zu. »Sie wird gegen die Emperor's Children nicht aufgehen«, sagte Khafen. Diese eine Aussage verdarb die Stimmung mehr, als es alles Artilleriefeuer der Dritten Legion je hätte tun können. Duquesne hatte versucht, nicht darüber nachzudenken. Aber wenn der Bursche irgendwelche Skrupel dabei hegte, gegen seine eigenen Brüder in den Kampf zu ziehen, so zeigte er das zumindest nicht. Duquesne war beeindruckt. Trotz der Tatsache, dass es Fulgrim selbst gewesen war, der dem Jungen seine Befehle gegeben hatte. Der Rest des Kommandotrupps empfing seine Stimmung und ihre misstrauische Haltung entspannte sich merklich. »Die Clane der Kriegsfürsten des alten Albia haben diese Art der Kriegsführung über hunderte von Jahren hinweg perfektioniert«, erklärte Duquesne. »Der Trick dabei ist, nur exakt die Kräfte einzusetzen, die nötig sind, um den Feind in einen offenen Kampf zu locken. Und darin sicherzustellen, dass die eingesetzten Männer auch die Nervenstärke haben, sich dem Sturm zu stellen«, sagte Glacius in der ihm eigenen bedeutungsschweren Manier. »Der Apothekarius strahlte gegenüber blutjungen Neulingen, die er Bruder nennen musste, und darin, die Zahlen zu erhöhen, Sir.« Duquesne nickte zustimmend. Ihm war der Brauch aufgefallen, vor einem Einsatz den eigenen Nachruf zu schreiben, der sich unter den sterblichen Hilfstruppen der 52. Expedition ausgebreitet hatte. Duquesne begrüßte dieses Vorgehen von ganzem Herzen. Die Clane des alten Albia hatten eine ähnliche Tradition gepflegt. Diese Phase wird »den Sturmbeschwören« genannt. Es ist ein Vorgehen, das wir bei den Feldzügen in Zentralafrik und den panpazifischen Schlachten angewendet haben. Den Ausdruck in Carfins Augen erkannte Duquesne selbst durch die violetten, mit frostüberzogenen Linsen des Helms nur allzu gut. Er hatte ihn während der vergangenen anderthalb Jahrhunderte immer wieder gesehen. Es war die Frage, wie schwer die Einigung schon hatte sein können. Warum der Herr der Menschheit und seine 20 Legionen so unglaublich lange gebraucht hatten, um sie zu erreichen. Ihr habt von Rust gehört? Ich glaube, das hat er vielleicht, sagte Tannen. Sie wird nicht aufgehen, wiederholte Carfin. Die dritte Legion kämpft nicht auf diese Weise. Ich kenne den Jungen gut, gegen den wir hier antreten. Er ist nicht annähernd so gut, wie er zu sein glaubt. Meiner Erfahrung nach kann eine Schlacht nur genau so lange kontrolliert werden, bis sie beginnt. Danach ist es egal, ob man ein Technobarbar aus Afrik ist, ein Ork oder sogar ein Krieger der Legiones Astartes. Denn dann tut man, was jeder in der Schlacht tut. Carfin schüttelte den Kopf, protestierte aber nicht weiter. Duquesne zuckte mit den Schultern und drehte sich wieder zur Wand. Er schlang sich den Riemen seines Bolters über die Schulter und setzte einen Fuß auf den gefrorenen Felsbeton, als sei er bereit, sie jeden Moment zu übersteigen. Wir müssen nur den Köder noch etwas versüßen. Moses Turak riss den Steuerknüppel hart nach links, mit der Absicht, ein Ausweichmanöver zu fliegen. Stattdessen zog er den hochsensiblen Abfangjäger des Typs Xiphon scharf nach Backbord herum. Er fluchte in seinem Konsonantenreichen medusanisch, als einige glückliche Schüsse während der Rolle seine Kabinenhaube und den Steuerbordflügel streiften. Der Andruck presste ihn in sein Sicherheitsgeschirr, als die ihm wenig vertraute Maschine dem Kurvenflug mehr Schub zuführte. Er musste seinen biologisch verbesserten Körper bis an die Grenzen der Belastbarkeit treiben, um sich aus seinem Sitz vorzustemmen, um einen Blick auf den schwer bewaffneten, schwarzen Bug des feindlichen Schiffs zu erhaschen, das an ihm vorbeischoss. »Hab ich nicht kommen sehen!«, murmelte er sarkastisch. Innerlich beschwor er Formeln des Zuspruchs und des gemeinsamen Ziels, die er über den Schnittstellenanschluss im oberen Bereich seiner Wirbelsäule an den Ries. Er nahm seine augmentierte linke Hand vom Armaturenbrett, um den Knüppel mit beiden Händen zu packen. Die Flügelklappen des Abfangjägers vibrierten heftig, als die Maschine sich langsam wieder gerade ausrichtete. Ein Ächzen mühte sich zwischen seinen Zähnen hervor. Es fühlte sich an, als würde er das Flugzeug mit purer Muskelkraft anheben. »Du bist feinfühlig, wenn du nur willst!« Genau in dem Moment, als er das Flattern in seiner Mitte spürte, das ihm ein drohendes Kippen in einen Schwenk zur anderen Seite ankündigte, schob er seine Hand gegen den Widerstand der Fliehkräfte nach vorn, um mehr Schub zu geben. Gleichzeitig nahm er den Fuß sanft vom Ruderpedal. Der Abfangjäger schoss steil in die Höhe und presste ihn noch tiefer in seinen Sitz. Eine wilde Jagd begann, als er dem anderen Jäger nachsetzte und jeder immer wieder versuchte, sich hinter den anderen zu bringen. Nach einem halben Dutzend Manövern war das Patt weiter ungebrochen und der stärkere Blitzjäger des Primaris-Schemas setzte sich mit einem eindrucksvollen Energieschub seiner Triebwerke ab. Moses hatte keine andere Wahl, als ihn ziehen zu lassen. Die Xiphon war eine aberwitzig leistungsstarke Maschine. Sie wartete mit phänomenalen Kurvengeschwindigkeiten und einer enormen Reaktionsfreudigkeit auf und war in einer Atmosphäre genauso agil wie in der Leere. Aber trotz aller ihrer luftfahrttechnischen Fähigkeiten hatte sie in Sachen purer Kraft gegen einen Primarisjäger keine Chance. Er nutzte den Augenblick der Ruhe, um eine Reihe von Warnmeldungen zum Schweigen zu bringen, die nach seiner Aufmerksamkeit verlangten und um ein potenziell gefährliches Ungleichgewicht des Treibstoffs im Steuerbordtank zu korrigieren. Die Xiphon war komplizierter, als gut für sie war. Sie war leicht und untermotorisiert. Die Entwicklungskompromisse, die bei ihrem Antriebssystem gemacht worden waren, damit sie in unterschiedlichsten Atmosphären fliegen konnte, selbst in einer so feindlichen wie der von Vesta oder im Vakuum, machten während eines Kampfes die notwendigen Feineinstellungen zu einer Nervenprobe. Er mochte nicht einmal die Farbe. Ihr müsst die Querruder sanfter anfassen, sagte Ortan Vertanus. Moses suchte die kupferfarbenen Wolkenfelder ab, die sein Flugzeug einhüllten, aber er sah keine Spur seines Staffelbruders. Und nicht so stürmisch mit dem Knüppel. Sie will fliegen, Bruder. Lasst sie. Ich verfüge über eine solide Grundausbildung für die gesamte Imperial- und nicht so stürmisch. Ich habe das nicht so stürmisch. Vielen Dank.